In weiten Teilen der Türkei ist der Strom ausgefallen. Wie hier in Istanbul wurden die Ampelanlagen dunkel. Polizisten regelten den Verkehr, U-Bahnen und Straßenbahnen konnten nicht mehr fahren. Der Stromnetzbetreiber sagte, ein Fehler im Netz habe zu dem größten Blackout seit Jahren geführt. Die türkische Regierung will alle möglichen Ursachen prüfen, vom technischen Fehler bis zum Hackerangriff.